hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu seven days to die mit den zwei lustigen typen drei halb nackt genauer den beiden lustigen dreien heiminias grüßig guten tag ja ich hoffe das bleibt alles stabil grafikkarte hat ein bisschen problem gemacht hat er eine noch recht gelesen neue aufnahme session sonntag ja das doch geht wohl da versuchte durchzukommen hat immer so kleine mikrohänge ich hoffe dass mein rechner macht das mit ich muss auf die grafikkarte gucken bist du drin ein bisschen dann lass uns ist hier holz hier ist heute hier warte wo wie wir im augen auto war einer das ist aber glück ja so ich schlag mal hier auf weil ihr es holz ich muss unbedingt forschteilen holen kann ich mir die achse reparieren haben wir glaube ich noch in der base müssen wir noch haben ich weiß gar nicht mehr damit hatten ja die folgen umgeplant und wohl mal eben so habe ich noch feiler habe ich der ist im hinterraum wo sind denn die anderen schläft ja noch einer irgendwo wahrscheinlich spawns auf einmal nein oder ein hund ach so oder schlag mal die eisentür ein und war das jetzt ein zombie oder ein hund da war es nicht mehr ist ein zombie habe ich noch habe ich nicht habe ich alles abgelegt wollte mir irgendwas machen irgendwie eine loo tour also umziehen wollten wir umziehen ach ja richtig ich erinnere mich das war der plan hat mir noch keine forge das ist so krass wenn er mehrere spielstände spiel ja 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 so völlige verwirrung das maulstern und holz ich habe also gar nichts dergleichen das heißt ja ich muss alles holen habe ich noch irgendwas anders zum schlagen die achst ich probiere mit der axt zu schlagen das auch mal so jetzt brauche ich noch small stone ach ja nee geht mir ausruhen ich habe heute mittag 7 days gestreamt und wusste gar nicht mehr wo ich war ja eine forsch hatten wir noch nicht okay dann mache ich mal einen können die drüben direkt diesen turm da setzen so jetzt müsste ich eigentlich auch mir neue axt bauen oder zwei nur eine haben wir keine das gibt es noch nicht schont iron pipes haben wir keine gute können wir rausschmelzen oder das ist ja wenn ich war waffen du warst äxte richtig ja okay dann muss dringend mal 1 2 ersatz äxte machen mache ich ich mache es also ich weiß nicht wie voll ist noch dein bogen meiner ist so vielleicht 50 prozent ein bisschen weniger ja das ist auch ein bisschen weniger das war 94 ich höre nicht mehr wieder eingeschlafen ich weiß nicht wir haben kein kämpfer alles da steht bin ja das immer direkt ich schieße ich habe schon zweimal die nase entfernt vom pfeil ja genau wackel darunter du kleiner assi zombie jetzt jetzt redet durch das war jetzt der kopf in der wand drin gewesen aber ich habe noch erwischt so hat auf dem klo rum gehüpft in dem sich befindet bottled murky water war das nicht ich habe zwei short iron pipes super hatte gerade aus dem klo holt jetzt habe ich das leder wieder achso das kann nicht sein sorry gesundheit wo kommt der ist der ist der geht ja schon noch eben nicht da da war der ist einer neben links gespawnt ich bin ja hier rein da war noch keiner ich traf den immer noch auf dem körper ich finde es aber gut dass er das gefixt haben dass man die crawler kaputt bekommt wasser ja also ein bisschen leichter das war ja früher war das ja ein gewackel und du hast gefühlt 20 feile da rein gejagt hat das auch noch einer gitterrost topf haben wir auch noch daran ich war mal hier oben bauen bei der alten base im kurzen camp feierverlust zu essen hallo die schwester das war die mutter fenster kaputt ja was zu essen ist gut aber du bist zur alten base zurückgelaufen genau ich gucke dass ich eine forge zusammenkriege ja wir haben ja gesagt dass wir das doppelt betreiben die bühne was macht irgendwas war doch total geil was kürt mit oder schaden irgendwas soll das absolute super essen gewesen sein zehn fleisch haben wir ok ok grilled meat kostet aber auch zwei fleisch direkt was ist denn mit boiled meat und erst mal bottled water ich weiß exakt nicht einmal boiled water und schaden mit einmal was am schlechtesten sein wird und einmal das dann können wir mal gucken alternativ gibt es noch ein menü hier genau ja 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 ein stück von einem lammkotelett silber dazu ein löffelchen paprika mit einem dörf von einem schäumchen von schäumchen ein drömchen bringt mir gar nichts also ich weiß nicht ich bin ja auch ein genuss mensch also was ich esse gerne und ich mag auch mal was besonderes essen was man nicht so jeden tag isst aber wenn es dann zu abgefahren wird nicht so meins also dann lieber den cheesy von mcdonalds definitiv ja du bist doch auch gerade während der aufnahme bitte was ich habe getrunken ach du hast getrunken ja du bist betrunken nicht mehr so was ist hier im fleisch komm alles leer ich habe echt nichts hier ich esse ja sonst echt immer während der aufnahme aber ich habe gar nichts hier heute was scheiße vorbereitet also boiled meat macht 12 fullness und 0,675 wellness bei uns gab es heute gulasch mit reis oh geil und schön ordentlich soße weißt du dass den reis so richtig untergehen lassen kannst in der soße ich habe das irgendwie ich habe nur gulasch und reis gegessen das hat mir vollkommen gereicht das war super ich bräuchte nur soße ich bräuchte auch gar kein fleisch da drin das dauert aber lange nicht das ist ein bisschen fleisch ist gut okay chart meat ist kacke plus 10 fullness minus 5 hydration und 0,65 was würde jetzt dazu führen den den ähm tresor schneller aufzuschlagen mit der als ich pick x ja dass du die ausdauer immer weit oben hast auf jeden fall tools missing oder ne tools missing ist 0 von 1 ach du bist tools missing ne was macht denn was bringt mir denn die 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 dass ich mehr schaden mache mining tools mit der eisenspiel zack ja auch in eisen mit der block damage ja ja an allem ich habe ja 23 punkte so warte mal dann gucken wir erstmal nach ausdauer sex show motherfucka ähm athletics 40 ich glaube da bin ich noch weit nicht ne das ist die frage bold meat gibt 12 fullness grilled meat gibt 16 ich könnte mal wieso ist denn tools missing auf 0 was habe ich denn ich habe ja weapon du bist ja ne ja okay player level 20 das dauert noch ein bisschen dann habe ich jetzt weapons missing bin ich jetzt auf müsste jetzt 150er bürgen machen können sehr gut das könnte man ja noch athletics das kommt ja von alleine ne sexual alles klar ah warte mal ähm bad mechanics war das irgendwie was da holst du glaube ich mehr zeug dann raus wenn du zum beispiel mit der wrench was abbaust oder das habe ich jetzt mal gemacht ja wenn du construction tools irgendwas machst dann habest du sie schneller oder mehr ja gut und dann kann ich mal mit der 10 dafür haue ich doppelt so schnell und die scheißen pickaxe geht nicht kaputt craft achso ich könnte auch einen bogen mal neun machen habe ich gesagt mache ich uns gleich mal zwei gerne weil es müsste jetzt ein 150er bogen sein genau sehr schön torch machen wir uns mal einfach ein paar fackeln so was sagt das essen sieht gut aus ich schlage gerade ein tresor auf das ist natürlich nicht so spannend für die zuschauer aber ihr müsst ja klemmert rein so und dann hole ich eben clay und fertig dann haben wir alles die haben ja zwei tresorier drin echt eine am am deiner schalter also im drive-in und eine hinten in der küche na gut wo war das denn da aber gut nicht loot quality na siehst du 8 punkte habe ich nicht aber das aufschlagen kann ich eigentlich ohne ohne linksverlust ohne stamina das wollte ich das wort habe ich gesucht das blaue da das komische der typ der wegrennt du bist wieder bei mir in der nähe ne ja ich komme zurück genau eine axt kannst du ja super was passiert soll ich hier entgegen kommen ich habe was für dich ne ne alles gut ähm an der seite geht es rein oder hier guck mal nach dem drive-in schalter habe ich nochmal einen kleinen eingang gemacht oh ja super hier danke warte mal hier guck mal bleib mal stehen guck mal donkey oh du hast ein mining held für mich ja wie geil ist das denn wenn du jetzt noch eine axt für mich hast bist du mein held achso klar warte ich habe nicht einen bogen für dich wir können dealen warte mal ich häfte mal direkt vor dich ich habe hier sogar zwei hier auf reserve ich muss level 10 werden den bogen hast du genommen habe ich ja danke level 10 werden damit du damit ich bessere lektage machen kann okay warte ne ich finde es lohnt sich nicht weil die die schlagfrequenz ist bei der axt viel höher und du baust ungefähr die hälfte mit der dings ab wie hoch bin ich denn ich will ja unbedingt ding ins leveln hier weißt du ey na ist das ein hörtchen oder was oh aufgestiegen soll man quality joe mal leveln ja mach mal mach mal würde ich jetzt auch mal weil ich habe jetzt gerade punkte bekommen geht nicht warum nicht weil ich scavenging level 20 werden muss die damen oh horde geil oh keine pfeile am start da ist ein buch drin oh hier liegt ja eine direkt vor mir ja hier kommt gerade so ein bisschen was so alle mitkommen die sind schon wieder weitergezogen hier ich mag diese wanderhorden finde ich richtig geil vor allem hier in dem spielstand kommen echt viele ach ich lecke mich jetzt heute da kriegt der hat er mir fast die beine gebrochen jetzt hat er so das ist toll das wird mein Thumbnail und weg oh so dann mal mit knüppeln durch hier äh mein knüppel ist fast ähm kann ich reparieren warte mal rück her stimmt warte mal knüppeln müsste ich ja auch einen besseren machen können fällt mir gerade ein warte ich komme oh da ist aber warte mal habe ich ein Fass einstecken kleinen Pulk leider nicht warte mal tanke tanke hat die noch hast du noch irgendwie Pfeile oder Federn zufällig in der Tasche Pfeile habe ich mit Sicherheit ich habe gerade gedacht ob ich irgendwo Sprit habe dann hätten wir die in einem wir können die aus in der Tankstelle warte mal Moment 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 ich gucke jetzt erstmal dass ich uns bessere knüppeln mache mhm ähm reinforced das heißt ich brauche 100 Scrap Iron 100 was auf sie kommen 3 ups da mal 100 Scrap Iron jeder kriegt was vor den ich höre mal den hier Scrapen was kann ich noch Scrapen du Scrapen du Scrapen du Scrapen geh weg ich möchte das nicht eine Armlänge Abstand hier Leute so oder eine Knüppelänge eher mal gucken wenn ich ähm warte mal wenn ich hier ein paar haben wir Ressourcensteine na haben wir auch nicht ja äh hier hinten sind welche mhm ja ich komme mal weil wenn man da ein bisschen ähm Eisen abbaut dann habe ich genügend Scrap Iron weißt du ok ich hab 5 ich hab normales ist das eigentlich Passarturm ist hier was drin ihr könnt mir auch mal wegknüppeln 176 komm in 30 Sekunden was denn Scrap Iron ja äh das ist gut weil dann habe ich 200 dann kann ich uns zwei solche Knüppel machen super Pass auf kommt so Scrap so wie lange ist das 12 Sekunden noch guck mal wenn du jetzt von der Horde wegrennst da kommen nur ein paar hinterher nicht alle das ist echt witzig meinst du manche sind intelligent und manche ja irgendwie haben die ey was ist denn los mit dir so warte mal 133 sehr gut Craft einen kann ich schon mal machen den gebe ich dir gleich komm mal mit ein bisschen Abstand warte mal Nest warte ist er da gut ähm ich habe übrigens die Schatten wieder angestellt das ist vielleicht einem Zuschauern aufgefallen keine Ahnung so pass auf ähm ich droppe ihn jetzt hier ja äh jetzt zack da liegt Eisen hab ich super okay mache ich den nächsten dann kannst du den Landeskappen hinter dir hinter dir kannst du direkt mal ausprobieren boah schön daneben gehauen ey blöd Kuh du triffst irgendwie nicht die trifft aber dich ja ja die ist irgendwie komisch hier oh ich habe keinen Ausdauer mehr brauchst du das nicht gut hab ich denn noch äh nee da ist ein Hirsch da ist ein Hirsch ja da ist ein Hirsch wir müssen den Hirsch kümmern okay oh die ist irgendwie hart die Frau okay da liegt sie schön die Watschen hier so hier haben wir zum Hallen ein Kinkiller nicht super okay das geht es ganz gut mit dem Knüppel ja wenn man genug Ausdauer hat dann klappt das ja 15 passt ach so ich habe noch ein Buch gefunden Hunting Knife das kann ich ja schon mal lesen dann kann ich mit uns nämlich bessere Hunting Knives herstellen sehr gut das ist super ähm Clay warte mal ich stelle mir direkt auf hier stimmt wollen wir auch noch holen brauche ich dann kann ich nämlich die Forge machen dann kümmere ich mich nämlich mal hier um die Zombies ja noch kommen ich habe mich auch mal Ausdauer glaube ich ja zwei Schläge und die ist Matsch wenn du den Kopf triffst das ist geil ne wenn man noch Pummelpied macht ein Rezept für ähm nein ach Mist ich dachte es wäre ein Rezept und ich habe es benutzt shit ach so First Aid Kit ja ich habe First Aid Kit ich dachte es wäre das Rezept ich glaube wir haben noch eins davon nein ich habe jetzt eins genommen das war das Rezept das Rezept haben wir noch oben äh hast du ein Short Iron Pipe für mich? äh ja warte hier danke und äh mit dieser Übergabe des Stabes beenden wir diese Folge für heute ach morgen wieder ja ich freue mich bis dann macht's gut tschüss 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 b d